so so hallo und wir kommen zurück zuletzt sind wir hier in den nebelforst gegangen und hier muss ich sehr viel aufpassen was ich mache weil hier komme ich nämlich nicht mehr zurück nach dem ich das gebiet verlassen habe deswegen muss ich hier genau aufpassen was ich tue und wie komme ich denn jetzt hier weiter das wird auch nichts oder cool aus dieses level mag das hey na was geht bei dir das soll fehlen auf höchster güte au au noch mal kann ich jetzt mal endlich auf dieses dinges hier landen nicht so ne zack hoch herzhaft hebs nein da kommt das geschoss wieder zu spät what the fuck ach so ich kann ja landen herzhaft und ich habe die stachel nicht gesehen weil es zu dunkel ist schön aua jetzt hört doch mal auf mich zu verschießen ihr drecks wie hier ich sehe diese stachel nicht ja sehr schön wup au aua jetzt hier los jawoll nice ups was das ist so interessant bei den kühlen ja ich mach du die gänse ne ist echt nicht mehr normal ja au 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 kackfrosch bämsen 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 da hat ihn wieder mal level abgetötet na gut schwupp ich bin echt froh dass wir den dreifach sprung schon haben was ist das denn hier aha muss ich also auch so dinger sammeln na gut what 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 was ist gerade passiert what happened hat sich gerade der wald verwandelt ich glaube nämlich schon ich hoffe ich habe alles mitgenommen ja der ganze wald hat sich verändert na wunderschön ich hoffe ich habe alles mitgenommen vom nebel in die irre geleitet verliert sie sich im wald verlieren sie sich im wald äh ja so geht es natürlich auch ne wunderschön freigeschaffelt gutes auge ne gut aha weiß noch nicht was ich gemacht habe aber fähigkeitszelle ja nice und hebs da unten ist doch auch noch irgendwas oder da unten ist doch auch noch irgendwas oder ja hashtag smart move auf oh mein gott komm ich denn da hin komm ich hä ist doch was ich sie es doch ganz genau oder ist ja oh ich hasse es keine karte zu haben das ist denn der name und weint achso das dachte ich schon was sind der oben hier schwupp äh da oben will ich hoch aber wie komme ich hoch das ist die es schwind drecks wie ich verschwind halt ich wollte doch überhaupt noch skillen ne ich kann doch jetzt schon wieder skillen oder zunderflamme jawoll coole sache ultrastampfer hui und die schnellflamme haben wir auf jeden fall mehr schaden das ist gut mehr schaden ist mehr schaden au ich will da oben hin ich weiß da oben geht es hin weiß wo sich wie auch ja da oben ist eine invisible wall da geht es schon mal nicht weiter muss speichern auch leben äh aha hier ging es ja also verloren wenn wir sie wenn wir sie zur verhüllten laterne tragen zeigt sie uns vielleicht den weg äh jetzt sagst du mir noch wie ich da hinkomme mein lieber sein ms oder meine liebe sein keine ahnung weiß ich bist männlich weiblich ist mir eigentlich egal äh 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 ja und wie hä wie hast du dir das gedacht ja ist ja schön aber äh man zwischen guten schaden übrigens gefällt mir äh ich bin verwirrt ich bin verwirrt du drecksviech jetzt oh nein dein drick drecksviech wie viele schaden habe ich jetzt gefressen an diesen gegner viel zu viel hat sich der waldag schon wieder verwandelt ich glaube schon au 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 Gebt mir das Ding, danke und tschüss Nein Das seh ich ganz genau Leute Was mach ich jetzt hier? Alles explodiert Und macht und Okay Hilfe Ich stehe da schwer im Beschuss Was zum Geier Jo 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 Okay, dieser Wald macht mich so ein bisschen fertig Aber nur so ganz bisschen Wow Nein Ohioioi Speichern Äh Verschwind Alles explodiert nur noch Wundergut Kein Problem Kein Problem Au Und was ist Was gibt's hier Es ist versteckt, aber hier gibt's gar nicht Hä? Oder war da dieser, ähm, dieser Stein, den man explodieren lassen konnte? War das das Secret War das das Secret? Du bist ein explodiert, geschossen, du nervst mich Au Äh Alter, Freunde der Nacht Was geht? Was geht? Ja, ist klar Ja, ist klar Ich komm nicht mehr klar mit meinem Leben, ne? Meine Fresse, ey So, schweb Schweb Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Aha Okay Was ist das denn hier? Dazu in Erklau immer die Berge Hoch über dem Trauerpass Als die Fackel ihres Bruders erlosch Wurde sie Opfer des Lebens, verlief sich Äh Na dann Gib mal her den Lachs Du hast das Klettertalaner, ne? Diese Fähigkeit zum Nutzen Musst derartige drücken und halten Wenn du an einer Wand bist So kannst du dann an ihrer Oberfläche entlanglaufen Ich hab jetzt quasi Saugnipfe an den Pfoten Oder wie soll ich mir das vorstellen? Oder ganz starfe Krallen Die sich In die Oberfläche krallen, wollte ich sagen So, damit können wir nämlich jetzt hier hoch gehen Weil das würde doch auch mit dem Sprung gehen, oder nicht? Achso Achso I see Jetzt verarsch mich Hallo? Verarsch mich nicht Okay, hier waren wir auf jeden Fall schon mal Du bist ein Droddel Wie eh und je Bist du ein Droddel? Da oben war ich glaube ich schon, ne? Ja, da oben bin ich schon mal lang gelaufen Ja, 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 ja Nein Au Ich hab immer noch da hoch Weiß ja nicht, wie ich da hoch Komm Ist schlecht Ja, 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 ja Ey, ja, das war interessant Ach komm, ich komm doch da hoch Ich weiß es doch Wie? Komm ich? Aha Verkehrter Knopf Verkehrter Knopf Verkehrter Knopf Au Die der verarscht mich, oder? Aha Immer wenn ich von einer Was tue ich hier? Schade Ich dachte Da oben war noch was Aber anscheinend nicht Ja, wenn ich von einer Oberfläche weg springe Erscheinen diese Dinger Sehr interessant Sag dir Ja Uri Bitte Du Kackvieh Ich hasse dich Verschwind Mann ey Das wird noch interessant Kann ich euch sagen Ja tschüss, ne Äh Äh Es ist schon cool gemacht Muss ich sagen Ey Ich finde das absolut Wunderschön Dann schaut euch mal an Wie kunstvoll das einfach ist Das ist so herrlich Dieses Spiel Oh, der Wald verändert sich wieder Oder was Oder wie Äh Dr. Gundy vorher nicht runter Oder Ah Ach du Scheiße Ich bin tot Ja Ich bin tot Ach wo hab ich den gesaved Ernsthaft Nein Du Kackvieh Stirb doch einfach Also dieser Wald Erfordert echt ein bisschen Concentration Du stirbst jetzt Oder auch nicht In der Nähe von Feinden Hm Ich sehe die Feinde Ach ja Jo 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 Nice Hab ich hier safen Dankeschön Yay Wupp Au Und tschüss So Jetzt muss ich hier mal genau überlegen Was ich tu Äh Wie mach ich das denn So mach ich das Aha Oh mein Gott Also dieses Äh Dieser Wald Gefällt mir glaube ich Nicht so Oh mein Gott Ja 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 Nein Fuge die hell Hä 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 Ja hi Ja Grandiöser Auftritt von dir mal wieder Und tschüss Weiß ich was ich gerade versucht hatte Es ist auf jeden Fall Schief gelaufen So was muss ich jetzt hier Ach Ich ver Passt doch 1000 Millionen Secrets Das könnt ihr doch nicht machen Au Au Jo Jo Was zum Nein Ja Kann man machen Kann man Kann man alles machen Au Au Du 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 Und tschüss So Bin ich hier Was mache ich jetzt hier Du Die kennst du wahrscheinlich Na gut Was der hell Oh ich sehe gar Ich muss den Part beenden Ja Leute Ich würde sagen An dieser Stelle Jetzt seid ich wieder vorbei Und man sitzt ja beim nächsten Mal Also dann Bis dann Tschau Leute